Die Jagd ist für mich das Wichtigste, die ich für mich je hatte. Das kennt mir niemand. Du hast diese ... wie soll ich das sagen? Es ist wie eine Seelenfreie. Das ist die Erholung. Ich brauche keine Fehl. Ich kann einfach abschalten, weil ich einfach die Wälder raus will. Du bist im Wald, und die Spannung ist überall, das Blätchen, und du denkst, ob hier etwas kommt oder nicht. Und wenn etwas kommt, ist es das, ob du schiessen darf. Dann musst du es richtig ansprechen. Das ist nur ein Nervenkitzel. Schiessen würde ich sicher auch gerne, das ist klar. Aber ich bin nicht so, dass ich in den Wald gehen müsste, weil ich diesen Boden lasse. Das ist gleich wie. Das ist eigentlich,